In der Höhe von Google Böckchen! Ich weiß, dass ich dieses Video auf Hochdeutsch weiß... ...nicht Socklein? Ach so. Ich war gerade so, was? Womit spielst du? Ja, okay. Mit Säckchen. Magst du die Farmhäuser? Ja, mach mal. Säckchen. Säckchen. Ich habe den Stromkasten gefunden. Unten in diesem Waschteil. Ah, da hinten. Okay. Hier sind Friesings. Auf der Znöcke. Okay, kommen wir gleich. Ja, so Eingangshalle. Ja, so Eingangshalle. Ja, so Eingangshalle. Ich glaube, ich denke, wir sind aus dem. Nein. Oh, okay. Das Licht hat gerade geplackert. Ja, und da war so eine Haarbeucke, vor der ich weggerannt bin. Also, Gefriertemperaturen haben wir ja schon. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was willst du? Wo bist du? Was willst du? Was willst du? Wo bist du? Oh mein Gott! Mein Green Screen ist eh nicht der Screen, den ich hinter mir hab, ist eh nur der Kratzer. Hallo, bist du hier? Äh, Geist? Geist? Hallo, bist du da? Hallo, Geist, bist du hier? Hörst du mich? Magst du Kekse? Hallo, bist du hier? Hallo, magst du Kekse? Ich hab Kekse für dich, zeig dich! Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Hallo, bist du da? Hallo! Geist! Bist du anwesend? Gib mir ein Zeichen! Lass mich bitte leben! Wenigstens das eine Mal! Nee, auf diesen Maps sterb ich eigentlich immer! Okay! Okay! Oh, jetzt hab ich ne Würde gemacht! Wir wissen, ich weiß seinen Namen nicht! Nimm mal Nimm mal Sanity! Ja! Linda! Linda! Wir haben Orbs! Okay! Die verstorben ist fast! Revenant Jure Hanto! Ja geil! Meine Revenant können wir relativ einfach rausfinden, ne? Indem wir einfach warten und gucken, wie schnell der hantet! Wer kommt so durch? Ich bleib auf. Hallo, bist du hier? Hallo, bist du da? Hallo, Geist. Bist du anwesend? Zeige dich. Wir haben eine Box. Du hast was? Oh, sie hat gesagt, go away, oder so. Oh. Es ist ein Unruh. Da muss ich dir nur noch verjagen jetzt. Ich war's. Ich wünsch dir Glück. Der Name ist übrigens Linda Willems. Das ist so praktisch. Der Geist reagiert einfach gar nicht. Nö, der hat keinen Bauch auf mich. Linda, hier bin ich. Sag mir mal bitte, wenn die Jagd losgeht, weil ich krieg die Tür hier nicht mit. Das mach ich. Nö, reagiert nicht. Linda, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Funktioniert das mittlerweile, wenn man das Spiel auf Deutsch hat? Fass ich nicht. Also, äh, Tepa hatte gesagt, ich sollte es mal probieren, aber offensichtlich ist es nur im Englischen tatsächlich. Weil mein Stand war, dass es auf Deutsch nicht funktioniert. Okay. Blutige Marie, Blutige Marie, Blutige Marie. Well, that, äh, sounds weird. It is weird. Not a heavy landing. Der Missanity ist übrigens bei 35%. Linda Williams. Linda Williams, komm her. Angst, Horror, Panik. Sag mal, Angst, Horror, Panik. Jagd, Horror, Angst, ah, bitte nicht töten, bitte, ah. Linda, ich hab keine Smot-Sticks, nein, nein. Sanity bei 30%. Ich werde mich nicht verteidigen können. Ich werde sterben und benimmen die ganze Zeit. Ouch. Well, that hurt. That hurt. What? Linda, hilf mir. Lass es nicht, dass sie einmal sterben. Ich höre dich nicht mehr. Sanity, äh, ein Ding ist ein, 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 Stufe eins und zwei. Ja, das war ein Event. Oh. Ich stelle auf einmal in der Küche, schau, dass ich keine Quang habe. Deine Sinnetze ist bei 15%. Lender! 14. Lender, Lender! 13. Lender! Lender, Lender, Lender! 8. Lender! Lender! 8. 6. 100. 4. 1%. Sie hat einfach schon wieder ein Event gemacht. Du wärst dann so by the way bei Null. Nein. Fehlt nur noch eine Art. Keine Spieluhr irgendwo? Jetzt, jetzt, jetzt. Linde! 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 Hier bin ich! Hier, hier, hier! Wo bist du? Mietz, 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 komm hierher, geist dich! Komm, komm, komm! Wo bist du denn? Hand vorbei! Boah, ich hab doch keinen Bock hier rumzuchillen, Mann! Lange ich jetzt ehrlich die ganze Zeit hier rum, nur damit die einmal irgendwo anders hingehen. Ach, die Crucis waren drin, deshalb hat sie mich nicht gehuntet. Och, so. Wow. Das ist disappointing, though. Na, da habe ich ein Ding. Der hat echt keinen Bock auf mich! Null! Gar nicht! Der hat zweimal ein Event gemacht? Ich bin... Ich bin viel schmackhafter als du. Na, ehrlich. Geh mal rein. Die Geister stehen halt mehr auf jüngere Menschen. Ich wollte gerade sagen, mit 66 Prozent, wenn du da reingehst, geht die Tür zu und die fängt ganz vorhanden. Ich sag's dir. Echt? Wie, nur weil ich so... Hallo! Hallo! Ich wär ja zu weit! Linda! Linda! Bloody Mary! Alles mögliche! Sie so... Nö! 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 Was? Ich bin fast weg und weg. Ich geh wahrscheinlich rein, zack, bumm! Tür zu! Ich tu. Ja! Ja! Das war gut. Let's go! Let's go! Wir spielen kein Prison. Ich mag die Highschool und die Sony. Highschool Asylum mag ich überhaupt nicht. Ich wünsche uns eine gute Runde und überleben. Was? Was? Ich wünsche uns eine gute Runde und ein gutes Überleben. Und ich such mal den Slenderman. Nein nein, der ist nicht da. Der macht Urlaub. Der müsste ja irgendwo im Wald stehen oder so. ... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, ich habe einen Ort gefunden, wo der Geist ist. Beim Lagerfeuer. In diesem Zelt. Im Zelt? Ja, er hat das Ding da brennen lassen. Ja, hier sind fünf Grad. Eme, zwei. Das finde ich wirklich geil. Doch, du wärst sehr wohl eine Hilfe, indem du im Van bist und schaust. Das ist eigentlich das, was ich meistens mache. Ich mag sowas von nicht. Das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Der Bolle reiste jüngst nach Fensten. Der Bahnhof war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten. Ganz plötzlich im Wildgewühl. Ne volle halbe Stunde hat er nach ihm gespürt. Aber dann noch hat sich Bolle ganz lustig amüsiert. Aber dann noch hat sich Bolle ganz lustig amüsiert. Bolle reiste jüngst nach Fensten. Der Bahnhof war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten. Ganz plötzlich im Wildgewühl. Ne volle halbe Stunde hat er nach ihm gespürt. Aber dann noch hat sich Bolle. Riech amüsiert. Hast du eigentlich die Easter Eggs hier auf dieser Map schon gesehen? Ja, ich hab schon. Auch die Leiche unterm Haus? Ja, unter dem Haus hat's ne Leiche. Komm mit. Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Das sieht ja interessant aus. Ja, den Michael Myers kenne ich eben. Und den Slenderman, den habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Den Slenderman habe ich noch nie gesehen bis jetzt. Den würde ich gerne mal sehen. Jetzt kommt mal gleich meine letzte Runde nimmer. Oh, guck mal, der macht arsch viel. Unser Sanity ist auch minimal. Und wir haben einen MR5. Hä? Ja, ich habe keine Idee, was es sein könnte. Überhaupt noch keine. Und wo ist mein Smudge-Stick? Ich hatte gerade einen Smudge-Stick, der ist weg. Achso, ja, weil ich ihn ausgehorchert habe. Da gab es schon wieder was vorher ausgemacht. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten. Das Feuer ist minus 1 Grad. Minus 4 Grad. Wir haben gefreezing Temperatures. Das Feuer ist minus 3 Grad. Oh, okay. Also, Jyn schält ohne Zwillinge. Jyn wird kein Licht ausmachen. Shade, glaube ich, ist ein bisschen zu aktiv dafür. Super. Okay. Let's go. Okay. Okay. Das war's für heute.